Hi, ich bin Abdurrahman Nur, 21 Jahre alt, zweiter Lehrjahr als Fachlagerist. Moin, moin, ich bin Adrian Pastuschka, ich bin 19 Jahre alt, mache derzeit eine Ausbildung zum Fachlageristen im ersten Lehrjahr bei der Firma Weilburger Graphics und ich werde euch heute mal einen kleinen Einblick zeigen, was wir alles so in der Firma hier machen. In diesem Video zeigen wir euch, was genau ein Fachlagerist bedeutet. Fachlagerist ist ein gewerblicher Ausbildungsberuf, der 2004 den Ausbildungsberuf Handelsfachpacker abgelöst hat. Die Ausbildung mit Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer dauert zwei Jahre. Die Weiterbildungsmöglichkeit ist die dreijährige Ausbildung zum Fachkraft für Lagerlogistik. Kommen wir zu den Aufgaben und Bereichen eines Fachlageristen. Ein- und Auslagern der Ware. Kennzeichnung von Gefahrstoffen sowie Lebensmittel und so weiter. Wie lagert man richtig und sachgerecht? Kommissionieren und Verpackung. Warenannahme und Beladen. LKW ADR kontrollieren. Vor- und Nachteile eines Fachlageristen. Vorteil. Man wird überall gesucht, egal in was für einer Branche man tätig ist. Man hat flexible Arbeitszeiten, genauso wie eine kurze Ausbildungszeit. Jeder Abschluss wird genommen und mittlere Reife bekommt man schon nach zwei Jahren. Der Nachteil unter anderem ist aber, in manchen Branchen könnte es zu einem ständigen Klimawechsel kommen. Man hebt unterschiedlich schwere Güter, genauso wie Stress gibt es an manchen Tagen sehr oft. Hey, bist du noch dabei? Wir als Firma Wallburger Graphics bieten noch fünf weitere interessante Berufe an. Wir sind im Tarif der chemischen Industrie, haben eine Work-Life-Balance-Woche von 37,5 Stunden, ein 13. Monatsgehalt, 30 Tage Urlaub, genauso wie zweimal Urlaubsgeld und noch vieles mehr. Wenn dich das anspricht, dann bewerb dich jetzt unter www.wallburgergraphics.com